Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alcatraz, mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin versorgt. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja. Ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab Ihnen den Anzug gegeben. Und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Finde und beschütze Nathan gut. Knatte das Vorhänge schloss. Was ist das? Das ist alles. Ich bin froh. Was ist das? Was ist das? Vielleicht. Ein paar Leben auch noch, glaube ich. Ja, der dringend. Sieht aus wie hier. Dann stetten die Messe an. Die Städte wissen, was sie wissen. Programm-Lead-Insurance-Kamera unbedingt. Hier spricht Dr. Aquila Roy, EMAT-Krisenteam 1. Heute ist der fünfte Tag und wir haben praktisch noch keine Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht. Virozide zeigen vorübergehend Wirkung, vor allem Tramarovax und seine Generika. Aber letztlich schreitet der Prozess doch immer weiter voran. Wir können nichts anderes tun, als den Menschen beim Sterben zuzusehen. Und unsere Situation hat sich durch die strikten Kontrollen seitens der... Aquila, du solltest jetzt wirklich nicht politisch werden. Nein, Jeff, Sie müssen es wissen. Ich möchte etwas zu Protokoll geben. Nach Ausrufung des Kriegsrechts hat Cell sich brutal und rücksichtslos verhalten. Ganz was Neues. Diese Kerle von der Privatarmee haben von Anfang an nur Panik verbreitet und sich uns in den Weg gestellt. Sie sind ihrer Aufgabe nicht gewachsen und je schlimmer die Lage wirkt, desto brutaler gehen sie vor. Und nach der Abriegelung der gesamten Insel auf Befehl von Commander Lockhart... Hey! Das geht nicht! Aquila! Was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Aus dem Weg, Doc! Es ist zu Ihrem Besten! Profit? Hier ist Gold. Hören Sie mich mal? Profit? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Ich weiß nicht, ob Sie sich hören können. Oh, alright! System online! Betrobedickt! Der taktische Reiser bewährt eine verbesserte Schlagwendenübersicht. Du kannst auf Waffenausrüstung und taktische Möglichkeiten scannen. Die Subventionen-Schweißer ist möglich für die Beobachtung, was Sie sich halten können. Hören Sie, Profit. Zell suchen in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Sie müssen hier raufkommen. Ich vers encourage... Zuruf. Oh mein Gott. Das war's für heute. An hier sind die Bordgast. Wir haben Lichtkontakt. Lichtkontakt. Nachdach! Die Bordgast. Die Bordgast. Die Bordgast. Was war das? Die Staff-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Garnung an. Tarnfeld aktiviert. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzug Energie. Auf ergehen. Eins würde ich gerne wissen. Warum ist Lockhart zu schocken? Der Anzug. Wir haben doch noch jede Menge andere Scheisse am Abend, oder nicht? Der Anzug ist ein enormes biologisches Risiko. Wund... ... und Gstone sind die Idioten. Ich habe gehört, dass Lockhart einen Neffen in dem Nanosuit-Programm hatte und dann ist irgendwas schiefgegangen. Das heißt, dieser Prophet ist durchgedreht und hat einige der Nanosuit-Typen erledigt. Lockharts Neffe war einer davon. Prophet hat ihn regelrecht entgegen. Nein, so war das nicht. Lockhart war von Anfang an gegen das ganze Nanosuit-Programm. Er hat der Sache nie vertraut und immer gesagt, dass es schief geht. Die Stockharts hat in den Sektorium von Krynes das schon vor Jahren gesagt, aber sie wollten einfach nicht auf ihn hören. Ich finde, er völlig recht. Wissen Sie, wie die Konjunktur und dieser Prophet um seinem Weg nach Downtown erledigt werden? Der Kerl ist völlig ausgerastet. Das schreit nach Vergeltung und war ziemlich laut. Amen. Tafel wird aktiviert. Tafel wird aktiviert. Tafel wird aktiviert. Tafel wird aktiviert. Prophet, hören Sie. Ich bin vor der Evakuierungsstation. Sie müssen herkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!